Unser nächster Beitrag, Frau Krenz und liebe Freunde des Heimatjournals, fällt in die Rubrik die tollkühnen Männer und ihre frierenden Kisten. Was so ein richtiger Kaltstart ist, der möchte auch ordentlich wehtun, besonders wenn es solch betagte Modelle trifft wie Karmann Gia oder Borgwart Isabel. Gebaut so um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Doch weder verschneite Pisten noch eisige Winde können sie aufhalten, die verwegenen Kerle von der Oldtimer-Garage in Königswusterhausen. Kein Schlitten ist zu alt für ihre Rodelpartie und dort am stillgelegten Gaswerk geben sie sich ausnahmsweise mal vereint. Ossis, Wessis, Berliner und Brandenburger, zumindest wenn es um ihre Leidenschaften geht. Alleine der Anblick und die Tatsache, dass dieser Teil überhaupt noch läuft. Die alte Technik. Simple Technik, reparabel. Ja, man kann auch selbst Hand anlegen. Vor allem sind sie wenigstens dankbar für die intensiven Streicheleinheiten ihrer Besitzer, die alten Maschinen. Und das ist nicht zu überhören. Wenn zum Beispiel dieser nachgebaute Bugatti die jahrelange Hege eines Vereinsmitgliedes mit einem genüsslichen Schnurren honoriert. Was allerdings in den Kreisen zeitloser Automobiltechnik nicht immer als selbstverständlich gilt. Also wenn hier jemand ein Problem hat, was er nicht alleine lösen kann, dann haben wir immer irgendeinen Spezi, der da mit Rat und Tat zur Seite steht. Das ist wahres Vereinsleben. Einer hilft dem anderen und wenn es nicht mit praktischer Hilfe gelingt, dann wenigstens mit gut gemeinten Ratschlägen. Ich bin ja ziemlich enttäuscht. Ich bin ganz schön enttäuscht von dem Zustand dieses Aggregats. Ja, der läuft jeden Tag. Was hat er denn gerade, das Baby? Na ja, muss die Maschine, muss die machen. Wenn die Kompassion ist fertig, muss man seine Mutter überholt werden. Er läuft eben noch, aber hat eben Ölverbrauch. Und wir waren mit einem Taxi gewesen, der hat bestimmt zwei Millionen Kilometer runter. Da ist die Maschine bestimmt schon dreimal gemacht worden. Der ist also langsam erfülllich. Aber ich meine, ein Auto, das über 35 Jahre alt ist, kann man schon mal dran machen. Solche Geschichten schmieden sie zusammen, die 36 Vereinsmitglieder, genau wie die verschlissenen Teile ihrer Uraltgefährte. Und bei denjenigen, die sonst als Kaufleute, Beamte, Arbeitslose oder Musikproduzenten wirken, löst dieser Art mobilen Frohsins geradezu Glücksgefühle aus. Auf jeden Fall ist er schnucklig und im Originalzustand, absoluter Originalzustand. Es ist nichts verbaut und nichts verbastelt. Es ist halt, sowas zu finden, ist wirklich Glück dann auch. Wie viel Geld hast du dafür bezahlt? Ja, willst du wirklich wissen, ja. Der hat 800 Mark gekostet. Das tut ja weh schon, aber so ist es halt. Kein Preis, für den so eine Isabel zu haben, ist schon gar nicht, wenn man sie in diesem Zustand von der Straße geholt hat. Im Großen und Ganzen dreht sich es um ca. 50.000 Mark. Ich bin dabei, draufgehen für die große Liebe. Seinen Trost findet Carsten Antelmann bei den anderen Kollegen im Vereinsleben der Oldtimer-Garage. Hier bezahlt jedes Mitglied nur schlappe 20 Mark im Monat. Möchtest du noch jemand ein Stück Kuchen? Ist es einfach mit diesem Haufen von Kerlen hier? Nie, nie. Jeder will was anderes. Schlimm sind die. Na, aber sonst sind sie schon ganz erträglich. Untereinander ertragen sie sich besonders gerne wie Freaks, die ihre Oldies lieben. Besonders dann, wenn sie die Dinger schieben. Untertitelung des ZDF, 2020